hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf der jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel ideal heroes ich habe es mir schon heruntergeladen und probiert meinen alten account wieder zu suchen ich habe es mal wieder nicht geschafft bei den heroes deswegen muss ich wieder einen neuen anwählen der letzte war bei 870 habe ich gerade nachgeschaut war keiner da deswegen bin ich jetzt auf 877 auf den server also das spiel macht mir keinen namen mehr kein namen mehr kein spaß und für sich ist das spiel so schlecht immer wieder neu anfangen da habe ich auch keinen bock drauf und dann immer diese einführen ach jemals jemals ja 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 und übrigens hat immer noch keiner antwortet auf mein gewinnspiel das sind noch drei tage dann läuft das gewinnspiel für den gaming hexet ab und dann werde ich das wahrscheinlich verkaufen werden ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was war man jetzt noch? Kampagne? Nur Nahkämpfer? Ist ja langweilig What's that? Das geht's Dann gehen wir auf Helden Das ist mein stärkster 5 Sterne Der hat 2 und der hat 1 Sterne Wie väterlich 1 Sterne Da ist immer was Neues 3 Sekunden auch wieder hier Das hier Damit kann man Skillen Oder was heißt Skillen? Aufleveln Ja Ich merke das wahrscheinlich wenn Ich kann Bock auf ein Spiel Irgendwie habe Dann Red ich so langweilig Naja eigentlich Red ich ja fast immer langweilig Aber Ich finde Ich merke das bei mir Wenn ich keinen Bock auf das Spiel habe Weil mir irgendwas nicht gefällt Bei denen ist es halt Ich habe 4-5 Mal schon angefangen Das Spiel Und jedes Mal habe ich meinen Account nicht wieder gekriegt Dann zieht mich das so ein bisschen runter Naja Wir schauen mal wie weit wir kommen mit den Kämpfen hier 1 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3 5 Jetzt wird es schon schwerer, jetzt sind sie schon Level 5 alle. Können wir jetzt gleich mal schauen, ob wir noch einen aufleveln, den mit den 2 stehen. Glauben wir vielleicht den neuen Kämpferkrieg. Ich denke mal ich schaffe aber bis zuerst die Kapitel noch fertig. Es sind zwar schon 5 und alle 6, aber ich habe ja noch 2 Level 10er. Ja und danach kommt der Boss. Level 8. Und der erste Down. Der zweite Down. Da muss ich hin. Mal bei dem ersten Kampf. Ach, da habe ich ein Filter rein. Ich glaube das schaffe ich nicht. Ach, da habe ich nicht. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Boah. Mega. Das ist ja mal richtig mega. Alter. Ja. Nein, das war nicht ein Tar. Erstmal erfolgen. Da habe ich einen neuen Charakter. Wenn ich 30 bin, kriege ich eine Truhe. Fusionskreis. Fusionskreis war das auch nicht. Beschwörungskreis war das. Wir haben schon mal. Ein. Zwei. 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 Daniel. Das ist der Unterschied zwischen der Rolle und der. Ach, der hat so einen blauen Punkt in der Mitte, so ein Stein und goldene Rinder. Der nicht. Der hat 10 Herzen. Ich habe aber 0. Dann können wir den einen vernichten, den lassen wir da, den bilden wir noch aus. Am Altar opfern wir Denia, zerlegen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder den, was kann der? Attentäter, Krieger, wir fangen mal an, wir haben einen Krieger, wir haben einen Ranger, wir haben einen Attentäter, ein Krieger, ein Krieger, wir brauchen aber keinen Krieger mehr, nehmen wir die hier noch. Ah, die noch auf 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück haben wir, fehlen wir mal Feuer, Natur, Tod, Heilig, keine Ahnung, Natur, Tod, also uns würden die drei Sachen fehlen. Gut, dann haben wir ja schon alles, Training, Sammeln, Abholen, Fertig. Hallo. Und... Krieger, Krieger, wer war noch Krieger, der war Krieger. Das waren meine drei Krieger, Ranger und zwei Attentäter. Schauen wir, schauen wir jetzt mal, wie es läuft. Ah, okay. Die sind schon alle Level 12 für meine Gegner, heftig. Heftig. So, haben wir das jetzt auch geschafft. Und, jetzt finden wir ein, was ich auch noch machen wollte. Ich wollte hier meine Ausrüstung verteilen. Ja, okay. Wunschbrunnen, einfach. Einmal drehen, dreimal kann ich. Oh, super. Oh, super. Noch einmal. Und noch einmal. Okay, das war's. Ne, noch einmal. Das war's jetzt. Jawohl. Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal auf die Helden rauf gehen. Das war's jetzt hier. Ausrüstung. Jetzt noch einmal auf die Helden rauf. Und jetzt noch einmal auf die Helden rauf gehen. Jetzt sind sie mit Ausrüstung und jetzt sind sie schon wieder ein Level höher. Soapie. Ich denke mal, das habe ich auch gewonnen. Bestätigen Wanderer dahin, zählen wir das ein, gehen wieder zurück, wo muss ich jetzt drücken, Einstellung. Registrieren, ja, anscheinend muss ich das machen, damit ich meinen Account wieder finde. Gut, das war es dann für heute, Ticket haben wir bestimmt auch schon. Ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab. Oh, das sieht cool aus. Zitrone oder Lemon. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.